Hallo ich wollte ja weiterspielen die Tümer will das andere Ende machen da ist es nicht auch tun und continue diesmal retten wir schauern beziehungsweise versuchen es zu versuchen es zu tun und ich hoffe es leckt nicht ziehen einfach raus oh kacke oh kacke kacke Ich bin okay, Pop. Ich bin okay. Ich kann dich fixieren, keine Angst. Wir werden dich aufhören. Es hat mich fast getroffen, Mann. Lee versucht mich zu retten. Ich weiß, Junge. Ich... Ich bin okay. Geh raus. Geh weg von hier! Ich bin sorry. Ich bin zufrieden! Ihr Kind ist eine Lüge! Du musst nicht zufrieden sein! Du hast versucht, ihm zu helfen, aber diese Schrauben lässt ihn sterben! Ich bin nicht stark genug, ich bin zufrieden. Wenn deine Frau in der Karte ist, dann besser hoffe, dass du stärker bist. Oder deine Freunde nicht wunderschön! Bitte? Just gehen. Geh raus und komm nie zurück! Ja, dann müssen wir wohl weg. Entschuldigung. Geh raus! Geh raus! Geh raus! Du bist so weit weg! Ich bin nicht weit weg! Geh raus! Das ist hier eine Drugstore, eine kleine Stadt, tote Menschen, Zombies, ich denke mal, das ist ein Zombie. Ich höre so komische Geräusche. Und da kommen ihre Freunde. Ah, mal wieder der Duck, ey. Oh, huh? Uh-oh. In eine Minute. Ja. In a Minute. In a Minute, Clem. They've got kids, Lily. Those things outside don't care. Maybe you should go join in that. You'll have something in common. Goddammit, Lily. You have to control these people. She's not wrong. They took a risk. Yes, we did. And we appreciate it. Now let's settle down. Holy shit. Son of a bitch. One of them is bitten. He wasn't bitten. Hell, he wasn't. We have to end this now. Over my dead body. We'll dig one hole. No, I'm cleaning him up. There's no bite. He's fine. Don't you fucking people get it? We've already seen this happen. We let someone with a bite stayin' and we all end up bitten. Shut up. We gotta throw him out or smash his head in. Kenny, stop him. What do we do about this guy? Dad, it's just a boy. Lily, I'll handle this. What's your heart, Dad? You need to calm down. It's either him or your son. I say it's him. Goddamn right. Out on his ass with those things. Everyone chill the fuck out. Nobody's doing anything. Shut up, Lily. And you, shut the fuck up. They will find us and they will get in here. And none of this will fucking matter. But right now, we're about to be trapped in here with one of those things. What the hell are you talking about? He's bitten. That's how you're done. He's not bitten. He's not bitten. Please stop this. It's upsetting him. Oh, I'm upsetting him. Upsetting is getting eaten alive. What if this was your daughter? Never would've happened. She's not some snot-nosed toddler, okay? She's United States Air Force. Fuck you and her. I'm gonna kill him, Cat. Just worry about Duck. Lee! Yeah? There's someone in there. It's just locked. She's behind the counter. Probably. Hey, I'm not the bad guy here. I'm just looking out for my daughter. No, you're just the guy arguing for killing a kid. He's covered in muck. She'll find the bite. Watch. She won't. And if she does... It's not gonna do. The first thing you'll do is sink his teeth. into his mom's face. Man. Then, when she's dead, he'll probably pounce on your little girl. It's a little boy. I think we can handle it. A little boy? He'll be an uncontrollable man-eater. It's not gonna happen. It is. And we're tossing him out now. Uh, um, um. Stop him. 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 Und da ist das Spiel abgestürzt. Aber wir machen direkt weiter. Ich weiß grad nicht wo. Ach da. Wie oft die da in nem Spiel fucking sagen, ey. I fucking mean it. You fuck mother shit. Ja, wissen wir. Kannst du gleich gehen. In a minute, Clem. Ich glaub ich mach jetzt, du bist der Chef. Ich glaub ich mach jetzt, du bist der Chef. Ja, töte ihn. Unless his job man kann,. Deswegen brauche ich dich, dann'll Leute drohe ich ihres kann. Ich habe es nicht woриг, nein. Nein, ich jueid ihn, eskitier. das nichtinstellen instead of the fact heimend. But then our see-size Paul 중국ic. Man muss ja so welche pieper PIEP! PIEP! Ach nee, ist das nicht. PIEP! 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 I'm not the bad guy here! I'm just looking out for my daughter. No, you're just the guy arguing for killing a kid. Oder auch NICHT! Oder... Ah... So, ich mach mal Stop It! Piep! Und... Nein, Zobby! Zobby! Steh auf, du Mistkerl! Geh zu Clementine, los! Geh schneller zu Clementine! Schneller! Ah, verdammt! Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, halt doch die Klappe! Dankeschön! Oh, Gott! Oh, Gott! Wie wissen Sie, dass das ein office ist? Es ist eine Ausbildung. Es geht nicht. Wir brauchen Nitroglycerin. Bitte in da rein. Ich schaue mich an meinen Vater. Alle anderen sollten sich komfortzieren und suchen was sinnvolles. Wir können hier ein paar Mal sein. Ich denke, dass diese Drogstor nicht eine permanent Lösung ist. Du bist richtig. Das ist nicht genau Fort Knox. Was sagst du? Wir brauchen so viel Gas wie möglich, damit wir alle aus der Unternehmung kommen können. Fast. Ich gehe raus und schaue Gas. Es gibt ein Motel, nicht zu weit von hier, nach dem Ende der Peach-Tree. Ich arbeite meinen Weg nach dem, und dann schlaue ich zurück, was ich kann. Das wäre toll. Also, ich bin schnell, und ich weiß, dass ich es machen kann. Bist du? Bist du. Wenn du das machst, hier ist ein walkie-talkie, wenn du in einen festen Ort bist. Ich hoffe, dass du es nicht brauchst. Cool. Clementine hat das andere. Lillie ist nur Larry, lief. Die ist jetzt angepisst.